Der zweite Satz sind beieinander, den sich, wenn es die Katia ziemlich aus der Hand nehmen lässt, durch zu zahthaftes Agieren. Also die Märchen liegen hier offensichtlich ganz schön blank bei den Hilbert-Steinern. Nach diesem sehr, sehr unglücklichen... 3 zu 6 im Passauf. Symptomatisch. Ja, so verruf es, siehst du nicht, wer da war, oder der Minister war, der im Raum, der 7-7-Hattung-Empfad, ist in der 0 zu 6 aus dem Land, kaum zu behaupten. Danke, Frau Wagen. Wir gratulieren im T-Sauber-Fremsung der Meisterschaft in der 2-Händiger Süd der 2-Händiger-Spiele. Für Gott. Und zum Aufstieg natürlich auch. So, also nochmal extra Komponente bitte, alle noch an Komponente, der da mitkriegt. Da ist Heidmann, der das rechte Spiel in der Komponente, hat dann auch wieder gewinnt. Da ist Heidmann, der da mitkriegt. Und von Frau Wagen. Und von Frau Wagen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR